Der Boden ist Lava! Kennt ihr auch dieses Spiel im Sportunterricht, wo man den Boden nicht berühren darf, weil der aus Lava besteht? Ich dachte, dass ich daraus ein super Level für das Heranwaltspiel bauen kann. Darum habe ich Lava gezeichnet und animiert. Und das wäre echt ziemlich aufwendig. Aber so sieht das Ganze im Spiel aus. Yeah! Jetzt soll man da aber natürlich nicht drauf rumlaufen können. Also habe ich es so programmiert, dass sich der Boden hin und wieder in Lava verwandelt. Um euch zu retten, müsst ihr auf Gegenstände springen, euch in Zeilen hängen oder einen anderen Weg finden, nicht den Boden zu berühren. Denn...